Achtung, alle Handlungen dieser Sendung werden von einem speziell ausgebildeten Profi ausgeführt und sollten nicht nachgemacht werden. Also wir haben hier wirklich einen dichten Wald und so, naja, zieht euch das mal rein, hier so eine Bärenfalle, jo, heftig, heftig. Also wir bedienen jetzt das mal weiter. Ja, Kamera, bitte nicht so schön. Also ich heiße nicht wirklich Bärkult, ich heiße eigentlich Bierkult. So schön so. All die Bier. Warte mal kurz. Oh, oh. Boah, das spallert. Okay, weiter geht. Ich laufe eigentlich immer so gestylt durch die Wildnis. Hier ist so Biertasche. Da drin ist oben. Ja. Stopp. Wasche. Wahnsinn, gucken wie sie tun. Oh. Das war eigentlich der Dschungel. Stopp. Einen hab ich noch. Also das letzte Video, da hab ich Bigfoot gefunden. Willkommen bei Bear Grylls. Wir haben heute einen Bigfoot gefunden. Hier den. Ein Bigfoot. Und er ist ziemlich brutal. Er trägt Mütze und so weiter. Und Bier. Hat er uns geklaut. Ja, verrecke, du Mistgeburt. Da bin ich. Drück deine Stimme ab. Ja, deine Stimme ist ja nicht so schlimm. Du kannst ja sogar reden. Du nicht, hör auf in den Scheiß. Stopp. Na ja, wir haben ihn umgebracht und gegessen. War nicht so lecker, war ein bisschen schmalzig und so. Aber, ja, J.B. ist eigentlich perfekt. Scheint eigentlich nicht schlecht. Äh, jo. Der Kameramann versucht sich auch eine Kippe anzutreten. Beste. Also, ich wollte mal sagen, ich denke mal dieses Video war jetzt nicht so brillant, aber egal. Hauptsache, ihr habt von uns was gesehen und so. das Dich ballert. Ich komm noch, hey, hier. Ja, okay. Das war mal heute wieder in dem Bildnis. Ich hab euch hoffentlich viel gezeigt. Äh, from the jungle. Und, jo. So. Das war's. Und zur nächste Folge würde ich mal sagen, kommt vielleicht nur in zwei Wochen oder irgendwie. Keine Ahnung, dann weil wir Lust haben und Zeit haben. Wir sind ja auch berufstätig. Das machen wir eigentlich schon nebenbei. Aber egal, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.